Und wieso lebt ihr dann ohne Sex? Ich hab ein Baby im Arm den ganzen Tag. Die Verbindung zwischen uns entspringt einem U-Instinkt. Wir zwei sind wie Gorillas im Zoo. Wenn die Nacht kommt, soll ich dann einfach so umschalten und denken Hallo, was bin ich jetzt sexy? Mami, wie siehst du denn aus?